hallo und willkommen zu minecraft course ja ich bin gerade am vorproduzieren oder ich muss jetzt unbedingt vorproduzieren anfangen und ich spiele hier das allererste mal in der aufnahme weil ich mache gerade mehrere ressourcen packs für mich und das ist das flow fifa pvp pack es wird nicht zu download gestellt und auf den schwertern sind immer gesichter von person die wir kennen wie hier ist der namenslose drauf auf den schwert ich habe es extra passend gemacht auf den holz schwert ist unsere liebe kühlschwelle darauf kann ich aber ganz schnell zeigen diese schwert kann ich ja noch kraften da schade ja in diesem pack habe ich jetzt länger gearbeitet einfach dass ich ein pvp pack von mir schon mal ein paar veränderungen ich finde es in den ersten sehr gut gelungen den rot hier die herzen sind gelb das ist auch gelb so ein bisschen in schwarz gelben farben left corner mannig gemacht nutzen wir jetzt die chance das ist jetzt für die bitter weil ich jetzt so der blöcke snaggel so safe safe genau gut ich habe das jetzt erst angefangen das pack deswegen ist es noch nicht ganz weit inventar wird alles noch gemacht aber ich fahr bald weg für zwei wochen und weil ich ja zwei wochen dann nicht auf und beziehungsweise ich kann aufnehmen aber ich kann halt nix hochladen weil dort schlechtes internet ist oh ihr werdet gleich mein liegt links links sehen mein liegt links schwert und 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 Nein, er hat mich wirklich, da steht Fluff, ah, Team Blatt gewonnen, GG, dann würde ich sagen, wir sind in Runde Nummer 2 wieder, und da sind wir in Runde Nummer 2, so was ich noch sagen wollte, ah ok, ne, die Fall kommt eh relativ spät in dem Fall, sonst hätte ich jetzt gesagt, in allen Ferienfolgen, da werde ich Dings ausstellen, Mann, ich bin grad voll schlecht, so, da haben wir ihn, den Bogen hab ich extra so gemacht, dass der ganze Bogen, weil es einfach besser ist, die Falle sind so mit gelben Ferien, weil die Hühner sollen auch noch gelb werden, so, aber dieses Pack wird halt hin und wieder geupdatet, Mann, warum sind unsere Gegner so gut, ist das ein, ich schätze, das ist ein Clan, ein Kors-Clan, weil da muss ich zu viele Runden spielen, Mann, aber ich hab auch, ah ok, ich hab doch eine Meldung im Chat bekommen, ich glaube, ich bin mit der einzigste, den es sicher fällt, wenn eine Meldung im Chat steht, naja, die gehen übelst ab, Okay, ich hab eine Meldung im Chat, ich hab ja auch ein paar Mal geholfen, ich hab ja auch ein paar Mal geholfen, aber ich habe keine Meldung im Chat, jetzt habe ich Ich hoffe, sie schaffen das noch rechtzeitig. Ne, schaffen sie nicht. Was kann mein Team eigentlich? Irgendwie sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder mit hoffentlich einem besseren Team. Und da sind wir in der nächsten Runde. Ich glaube, ich werde gleich getown spielen, weil dann habe ich weniger zu schneiden. Ja, das ist sehr, sehr schwach. Ich muss noch 25 Minecraft-Folgen. Loll, die mir bisher übelst klingelt. Ich habe gar nichts gesehen, was da los war. 25 Minecraft-Folgen und dann muss ich noch FIFA aufnehmen. Zu Minecraft. Zu den Minecraft-Folgen. Und das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Loll. Wie schnell die das nicht gemacht haben. Team Bloss, so ein gutes Team. Aber ich bin auch immer Team Rot, Team Bayern. Also irgendwie Schalke und Kurs. Besser. Wascher Clan. Ich schätze, viele davon werden aus dem Clan kommen oder die Skypen einfach gerade alle miteinander. Aber viele davon. Weil diese, die jetzt schon bedeckt wurde. Hier. Über die Außen. Über die Außen. Ja, ich habe das Einbauen verkackt. Mano Medo. Die müssen sich jetzt mal drum kümmern. Ist mein Team überhaupt noch ins Spiel? Machst du gut. Ja, die Diffen da alle, aber wirklich alle. Hier. Das ist ein Musik. Oh, ja. Das ist ein Musik. Aber ich bin auch schon. Aber ich bin auch schon mal. Und das ist ein Musik. Ich bin auch schon mal. Ich bin auch schon mal an. Ihr seid Einfach Ihr seid ein Ihr seid einfach schlecht, es ist so Nix mit Lappen, Clan Hier, die sind voll gut Mö Es liegt einfach dran, guck Ob Kill Aura Ja nie, es müssen noch keine Klau reingefangen Komm Mann Wo seid ihr denn? Ich Bin Immer alleine Vorne Da, wo du nicht bist Ich glaube, ich weiß nicht, dass man den Kurs abbauen muss Boah, das sind so eine Deppenkinder Alter Ich habe das ganze Team hier nicht gesehen Man Ja gewinnt doch jetzt Mein Team ist zu behindert Ist das eure Erste? Von mich Ist das Von euch Die Die Erste Runde MC Komm mir das grad vor Komm mir grad zu vor, aber noch verlieren wir nicht die Runde Ist grad spannend Weil der M6 Wenn der was macht Ja Ich 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 die sieht wirklich nicht ganz clean aus dieser wirklich nicht ganz clean aus sicherheit ist sicher sicher ich habe die auch nicht so ganz gesehen das muss doch das team wieder schaffen ich probiere hier die denkers hier zu zernichten alles ist auf einer höhe zu schmies ok falsch die sollen sich darum kümmern ich probiere hier diesen weg nach unten zu bauen ihr seid so schlecht aber nur wie ich sagen was ist mit der folge haut rein lasst einen like da wenn es euch gefallen hat und bis zur nächsten folge ciao ciao